Antenne Vorarlberg Hallo, ich bin Vorarlberg, Reporterin Anne Madlena, heute aus der Sennerei in Schniefis. Man sieht es schon, die wird nämlich 110 Jahre alt. Bei mir Peter Dünzer, der Geschäftsführer. Der Käse ist aber nicht so alt, oder? Nein, der Käse ist nicht so alt, aber die Tradition verbindet uns natürlich. Und Tradition ist auch verpflichtend und erbe genug, die Tradition Käse produzieren in Vorarlberg weiterzuführen. Was würdest du jetzt sagen, was ist der grösste Unterschied von der Produktion von 110 Jahren und heute? Ja, früher war es natürlich reine Handelberg, rein schon mit Kohle und Holz heizen müssen. Heute ist das, wir haben ein Biomasse Holzschnitzelwerk, wo an und für sich in der Energie Lieferant ist und da an und für sich schon viel Erleichterung da ist und an und für sich früher natürlich total händisch gemacht worden ist. Das ganze Käse, dieser Prozess, die ganze Käsepflege total händisch gemacht worden ist. Das ist heute natürlich schon viel maschinell eingerichtet und leichter, nicht mehr diese körperlich große Anstrengung. Wobei das bei uns, die Säner nach wie vor Käse schmieren und der Käse aus dem Regal nieren muss und auf Maschine legen muss, das ist nach wie vor auch strenge körperliche Arbeit, aber das ist natürlich auch die Hilfsstoffe und die Einrichtung ist natürlich auch viel eine bessere geworden. Aber nach wie vor mit viel Liebe und Leidenschaft am Werk. Auf jeden Fall so, das sehen wir, wir bilden auch Lehrlinge aus und es ist aber auch so, dass der Meistersehner an und für sich einfach sehr viel Fingerspitze gefühlt ist, haben muss und an und für sich mit allen Sinnen bei der Arbeit sein muss. Man muss das riechen, man muss das fühlen und das ist an und für sich ein Genusshandwerker. Wunderbar, vielen Dank Peter Dünser und wenn so viel Käse da umeinander steht, dann gehen wir jetzt ein Schneefillet probieren, oder? Ein Schneefillet, Schnüffnerkäse. Richtig, Schnüffnerkäse, das machen wir, oder? Bitte, ja.